Hallo zusammen, es ist wieder Rocket-Zeit und nach dieser Schlappe vom Wochenende mit dem verlorenen Krankhand habe ich ja gestern ein bisschen Seelenstriptease gemacht und nun hoffe ich, dass es heute ein wenig Wiedergutmachung gibt, dass vielleicht die eine oder andere Idee, die ich hier heute entwickle, etwas besser funktioniert. Das ist auf jeden Fall auch eine der Geschichten, die ich an diesem Format so interessant finde, dass ich einfach selber noch gar nicht weiß, was dabei rauskommt. Ich kann natürlich nur sagen, von meiner persönlichen Tagesform her, ich bin heute so ein bisschen vielleicht unterschwellig-aggressiv, also ich habe Lust, heute ein bisschen was zu spielen hier, mir nicht so einfach die Butter vom Brot nehmen zu lassen und wenn es dann auch das eine oder andere Beetspiel heißt, also zumindest, ja, muss die Karte auch für so einen Plan ein wenig mitspielen und dann fangen wir jetzt mal das erste Spiel an. So, vier Trumpf dagegen, es heißt immer schnell spiel dann deine eigenen vollen, aber so ganz überzeugt bin ich nicht. Es kann auch schnell mal sein, dass der Spieler gerade da die Zehn zu dritt hat oder den König zu dritt und man es ihm dann sehr leicht macht. Ah, der erste Stich sagt mir aber doch, es wäre vielleicht mal wieder pfiffiger gewesen. Jetzt habe ich zwar den vollen bei meinem Partner gefunden, aber doch Piek im Abtrag. Und was macht er denn jetzt? Wie kommt er denn jetzt auf Karo? Ich meine, auf Farbe A wird Farbe B abgeschmissen, dann muss doch jetzt Farbe C, sprich Karo, die Hand voll haben. Es sei denn, er hat einen sogenannten Asynchronen-Abwurf getätigt, aber das ist unwahrscheinlich. Jetzt haut mein Partner hier auch noch die Karo-Dame mit ins Geschäft, wo schon alles klar war. Andererseits sehe ich hier, es sind nur sechs Trumpf und das bedeutet auf jeden Fall, dass mein Pik Ass natürlich auch noch einen Stich macht, denn wenn er nur zwei Karo hat, dann muss er natürlich auch zwei Pik dabei haben. Alles reine Mathematik, also das Spiel kann er nicht gewinnen. Ich mache noch zwei Trumpfstiche und das Pik Ass. Das wird also ganz lässig. Nicht mal Herr Zehn ist gedrückt, also alles ganz ja, problemlos hier. Obwohl mein Partner, sagen wir mal noch, ihm die Karo 10 freigespielt hat. Das war also kein gutes Spiel, das war eine Kirsche und die haben wir dahin geschickt, wo die Kirschen zu Hause sind. Und da soll Spieler 3 dann erstmal diese Minuspunkte wieder aufholen. Ja gut, gebrüllt Löwe, will spielen, will spielen, aber dann sowas hier, naja. Dann freue ich mich, dass ein wenig Gegenwehr dabei war und hoffe mal, dass ich jetzt Spieler 1 gleich noch einverpoolen kann. Wie gesagt, es kitzelt mich heute so ein bisschen und heute spucke ich dann auch mal in die Hände und lache mir eins ins Fäustchen. Da wird schon mal das erste Mal umgedrückt und das kann doch nur bedeuten, dass dieser Grang auf ganz ganz dünnen Füßen steht. Mal schauen. Ja, mein Partner hat auch scheinbar Schwierigkeiten sich zu entscheiden. Jetzt zieht er einen Buben. Okay, erstmal natürlich Wimmeln plus Gegenfarbanzeige, also Herz zu Karo, das passt ganz gut. Ansonsten Pik König wäre auch eine Karte, die mich anlacht, aber das hätte im Zweifel die falsche Farbe angezeigt, also lieber so rum. So, 29 und ich glaube, mein Partner hat noch ein Ass und, äh, ein Buben, den letzten Buben und dann wird er jetzt gleich Kreuz 10 stechen und dann wird es natürlich ganz, ne, Kreuz 10 sticht er noch nicht. Sticht er dafür Herzass? Auch noch nicht. Die Hauptsache, er wirft jetzt keine Bilder mehr dazu, denn ich habe Rest in dem Moment, wo er jetzt mal sticht. Ja, ich gehe davon aus, mein Partner wird noch den Boom haben und damit, ja, und da ist das Spiel doch gewonnen, zu viele Bilder, die der Spieler bekommen hat. Pik 10 hat ihm hier gelangt, ähm, ja, im Prinzip der Doppelläufer in Kreuz ist es gewesen, hätte mein Partner also wahrscheinlich schon die Pik 10 gar nicht mehr anbieten dürfen, sondern, äh, in dem Fall tatsächlich idealerweise nach Kreuz Buben dann Karo Buben wieder eingespielt und dann kann der Spieler diesen vollen nicht schnappen, er kann dann nur seine beiden Kreuzen hinziehen und das Herzass und dann ist Feierabend und Pik 10 wäre auch zu uns gewandert. Da kommt der nächste Gang. Da wollen wir mal hoffen, dass der genauso stabil ist wie der eben. Wir haben eine Reizung, wir haben Pik Buben, wir haben eine Blanke 10, ich meine ich habe vier Zehner, aber, na komm, hin fort damit. Na, ich habe es fast befürchtet, diesmal ist der Gang mit Zweien ganz offenbar, Buben sind raus. Gut, meine 10 wäre wohl sowieso hier ein Opfer des Kreuzasses geworden. In dem Fall passte das natürlich wunderbar, dem Spieler, der jetzt in Kreuz mindestens Astkönig-Dame hochspielt. Und jetzt kann ich mir natürlich überlegen, welches ist die nächste 10, die ich im Zweifel hier zerstöre. So, ich entscheide mich jetzt hier mal für Karo Pik. Möchte ich noch besetzt behalten, denn mein Partner hat mit 23 vielleicht auch etwas über Pik gehoben, ist zumindest noch so eine Nebenidee. Deswegen entscheide ich mich hier dafür, Karo wegzuschmeißen und, naja, ob das jetzt gut oder schlecht war, der Spieler hat ja alle Asse. Das werden wir jetzt noch sehen, jetzt hat er noch Karo da. Und da bleiben wir. Natürlich Schneider, ich hatte die ganzen vollen und musste davon zwei abgeben. Das war jetzt zu wenig. Mein Partner hatte gar keinen vollen im Blatt. Auch mal interessant. So, ich hatte euch etwas versprochen, da muss ich hier wenigstens einmal 18 rühren aus dem Untergrund, aber das ist natürlich nichts. Ich wollte es auch nicht wirklich haben. Hier, da wäre Verstärkung mindestens in Form vom sechsten Trumpf besser, noch in Form vom Trumpf und roten Assen schon nötig gewesen. Nun kriege ich es aber auch nicht. Und Grang Hand wird gespielt. Na, das ist doch wieder was. Pik Lusche liegt offenbar drin. Mein Partner nur Herz Dame. Warum wimmelt er nicht mehr? Vielleicht, weil er zwei Buben hat und auch dabei ist mit abzuschmeißen. Deswegen würde ich sagen, gehe ich jetzt auch mal nicht direkt mit der 10 aufs Gas, sondern ein bisschen kleiner mit der Dame, dass mein Partner in Hinterhand womöglich weiter abwerfen kann. Und das tut er auch. spricht dafür, dass er entweder nur den Kreuz Buben hat oder eben sogar zwei Buben. So, mein Partner hat abgeworfen. Herz, Dame und Karo Lusche. Also ich denke, hier kann ich mit der Pik 10 nichts verkehrt machen. Mein Partner wird doch wahrscheinlich gleich auf Kreuz wechseln. Nein. Er wechselt auf Karo. Auch okay. Das Ass ist raus. Na, und ich traue meinem Partner jetzt noch einen Buben zu. Ich traue ihm noch den Buben zu. Und dann ist doch die Frage, ist das Herz Ass jetzt schon seine Beute? Jetzt habe ich aber fast das Gefühl, das kann eigentlich mit dem Buben auch nicht sein. Wo der Spieler jetzt hier noch unter durchzupft, das ist ja unwahrscheinlich. Hat er uns, ja, dann habe ich mich da vertan. Dann hat mein Partner einfach nur am Anfang nicht viel mehr gehabt. Den Kreuz König hätte er natürlich auch schmieren können. Da hat er erst mal die Herz Dame gewimmelt. Okay, dann war auch dieser Gang nicht zu legen. So, und das ist ja vielleicht das erste Spiel, was ich mal ein wenig wirklich testen kann. Und was ich dann jetzt auch testen möchte. Obwohl es natürlich absolut kein Gemälde ist. Die Risiken sind mannigfaltig. Ob es nun ein Bube im Skat ist oder einfach nur nichts finden und dann gegen vier Trumpf verlieren kann viel passieren. Trotzdem war es mir das wert. Und da haben wir es schon. Der Bube, wie bestellt, wie orakelt von mir. Da kommt er. Und das ist natürlich Mist bei diesem Karo. Also muss ich jetzt ein ausgesprochen riskantes Ausweichspiel natürlich taufen. Kreuz, drei Trumpf ist nicht eine reelle Option. Der Gang, was hat denn der für Chancen? Karo 10 blank. Pik 10 freigespielt. Sieben Augen im Keller. Wir machen mal den Gang. Es nützt ja jetzt auch nichts. Karo Schneider ist jedenfalls auch ein Spiel, was wohl nicht gelingen würde. So, wenn wir hier stechen. 20, Karo läuft. Ja komm, wir werden mal stechen. Es hängt sowieso hier an dem Karo Ast. Das muss erst mal verteilt laufen auf 41. Sonst kann ich hier keinen Pfifferling gewinnen. Und so ist es auch. Keinen Pfifferling kann ich gewinnen. Karo steht dagegen. Jung war im Skat. Danke fürs Mitspielen. Jetzt darf ich mich auch erst mal ganz hinten anstellen und mal gucken, ob aus dieser Serie noch irgendwas wird. Jetzt muss ich hier erst mal natürlich zusehen, dass ich überhaupt aus dem Schneider komme. Ich habe erst 21 und das wird jetzt, wo Kreuz abgetragen wird und noch zwei Buben unterwegs sind natürlich sehr schwer. Vielleicht am ehesten noch die Chance, dass ich gleich mit der Pik 10 ... Ach, da ist doch schon mein Kreuz Ast zu Hause. Was mache ich mir eigentlich Sorgen? Ja, ja, ja. Nehmen Sie doch, nehmen Sie doch. Hier noch einen Stich mache ich sogar. Also Schneider frei dann doch kein Thema. Trotzdem natürlich viel zu wenig. Ja, gut. Dann bin ich jetzt in den Niederungen des Gartes wieder angekommen und habe natürlich insofern sofort auch alle Hemmungen verloren. Gleich das nächste Spiel gereizt und diesmal natürlich sehr passabel, sehr ansprechend gefunden. Bube Ast. Jetzt ist es natürlich in Mittelhand immer noch kein guter Krang. Da könnte man 13 drücken, aber nein. Jetzt wollen wir mal ein bisschen. Erstmal versuchen wieder den Anschlusstreffer, den Ehrentreffer zu landen. Also ganz solide gedrückt. Zehn Augen, eine Farbe raus. Karo wird Trumpft, der Sechstrümpfer. Und jetzt kommt schon Herz auf, ist die unangenehmste Eröffnung für mich. Also wollen wir mal zusehen, dass wir den erstmal gewinnen. So, gegen 4 Herz ist die Herzdame gut, auch gegen die blanke 9 in Hinterhand. Gegen blanken König oder 10 oder sowas ist die 7 natürlich optimal. Wenn hinten gar keiner ist, auf jeden Fall schnippeln, aber ich glaube, er wird wohl nur aus dem Drilling sein. Ich denke mal, das ist hier die beste Idee. Hinten fällt die 10. Okay. Selbst wenn die blank war, sollte ich jetzt noch kein Problem haben, da ich eben die Dame noch aufbewahrt habe. Stehe ich jetzt noch mit Assdame gegen Lusche König, wenn also, oh, das ist doch nicht zu fassen. 5 Trumpft dagegen hier, ohne irgendeine Vorwarnung. Und dann wird der Herz wahrscheinlich ja auch, oder zumindest mutmaßlich sogar blank aufgeschlagen worden sein. Jedenfalls unwahrscheinlich, dass der 2,2 steht. Das ist ja manchmal nicht zu glauben. Manchmal ist es nicht zu glauben. Abzuschmeißen habe ich natürlich auch nicht. Das heißt, die fehlenden Vollen sitzen alle hinter mir, so wie es ausschaut. 5 Trumpf rechts und hinter mir von der Herz 10 über die Pik 10 und wahrscheinlich auch noch das Kreuz Ass alles da. Ne, das Kreuz Ass ist dann doch nicht da, aber dann hat er eben kein Herz mehr. Dann hat er den Herz blank aufgeschlagen. Und dann kommt jetzt das Kreuz Ass ins Angebot und danach werde ich keinen Stich mehr machen. Ja, schön, schön, dass ich hier solide gespielt habe. Gegen so eine Verteilung, da kämpfen die Götter ja manchmal vergebens. Und wenn es schon die Götter sind, dann werde ich erst recht scheitern. Also, solide gespielt und trotzdem noch wieder einen auf die Rübe gekriegt. Ja, Skat, ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Und manchmal könnte ich natürlich auch ins Mikrofon beißen oder sonst wo noch hinbeißen. Die Tischkante sieht ja auch schon so ein wenig angenagt aus. Da wollen wir jetzt aber keinen Kratzer dazu tun. Also, wenn ich Herz Ass steige, gewinne ich natürlich auch nichts. Bleibt hinter mir 10 König stehen und kriegt natürlich das Kreuz Ass geschmiert. Also, unfassbar, dass dieses Spiel von Anfang an gar nicht zu gewinnen war. Vielleicht wäre doch nur der Grange gegangen. So, neues Spiel, neues Glück. 22er Reizung. Wir wollen erstmal eine Stechfarbe finden und vor allen Dingen unserem Partner zeigen. Das ist auch schon mal geglückt. Allerdings Karo 10 fällt, sprich die Karo 8 ist im Keller und eine Übergabe in Karo ist auch nicht mehr möglich. Aber da gehen auch schon so ein bisschen die Panikzüge gleich los. Spieler 3, Alleinspieler Arndt, dass Karo natürlich alles bei mir steht und möchte keine Abwürfe zulassen. Da er das Herz Ass jetzt ziehen muss, ist jetzt natürlich trotzdem die Chance für mich einmal in Herz zurückzustechen, die letzte Trumpf Lusche zu verstechen. Ja, wenn mein Partner mitgespielt hätte. Wenn er seine höchste Herzkarte raushaut, dann wäre das die Chance gewesen, auf die nächste Karo Lusche kann er dann selber zur Not noch Herz abtragen. Aber er spielt Pik und weil ich natürlich jetzt noch gar nicht weiß, wie stark der Spieler in Herz ist. Ja, warum kam nicht die Herz 8? Es ist ja manchmal nicht zu begreifen, wo ich den König schon gelegt habe. Also das war ja wieder ein grottiger Vortrag von meinem Partner. Andererseits, ich glaube, gewonnen hätten wir nicht. Ich kann zwar meinen Trumpf verstechen, aber es war ein Zwei-Farben-Spiel mit 6 Trumpf. Das heißt, jetzt haben wir 31 gemacht. Wir wären zwar deutlich weitergekommen, aber nicht in Richtung Sieg. Und was graut mir jetzt? Also es wird ja wohl hier eine völlig chancenlose Liste schon wieder für mich. Das sind schon fast, na fast 350 Punkte Rückstand und das nur auf den Zweitplatzierten. Also, so brutal kann eigentlich nur Skat sein, wo du manchmal gar nicht so viel verkehrt machst und trotzdem bestraft wirst. Ja. Drei Asse, zwei Buben. Muss ich noch mehr sagen. Ich stehe im Keller. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Ich habe noch kein Spiel gewonnen. Jetzt haben wir eine 33er Reizung, eine 35er Reizung. Kreuzhand ist eine Option, aber mit der blanken Karodame und Herzastdame. Außerdem in der Stimmung will ich jetzt nicht dieses Farb-Handspiel machen, was auch noch alles andere als sicher ist. Dann sollte doch mal eine Geschichte hier funktionieren. Ja. Also wieder ein Rang mit der Kreuz-Acht und der Dame. Kein guter Stock. Es müsste entweder die Buben verteilt sein oder die Kreuz 10 blank. Das denke ich mal sind meine Optionen. Und wie testen wir sie am einfachsten? Ja, weil ich eins davon brauche, sollte ich jetzt vielleicht mal den Buben spielen oder kann ich sogar nur gewinnen, wenn Kreuz 10 blank ist. 621. Na, ich werde es mal über den Bubenzug versuchen. Auch wenn dann natürlich theoretisch Kreuz abgeworfen werden kann, die Kreuz 10 rein, aber es stehen die Buben wieder zusammen. Es fällt kein Kreuz. Das sieht ja wieder alles richtig bitter aus, richtig übel. Auch Kreuz wird wahrscheinlich wieder hier dagegen stehen. Die lange Pik-Flöte sitzt auf jeden Fall da vor mir. Gut, okay. Das ist dann zu wenig. Die Null Augen werde ich hier nicht stechen, aber die Vollen gehen auch wieder alle hinten rein, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also die Karte ist heute angemischt für mich, ihr Lieben. Und da geht endlich die Kreuz 10. Logisch, dass der König da auch noch sitzt bei Spieler 3. Das ist ja klar. Den wird er jetzt drauflegen und dann bleibt die Frage, ob ich hier in Herz überhaupt noch mal was mache. Ach nein, Karoas ist auch noch da. Also komplette Gegenkarte schon wieder. Und hier gerade im letzten Stich nochmal wieder auf 48 gehüpft. 0 zu 3. Also es läuft bei mir und ja, sollen wir denn jetzt überhaupt noch? Es ist ein Spiel. Sollen wir denn überhaupt noch einen? Na komm, einen versuchen wir hier noch. Manchmal hältst du es ja im Kopf nicht aus. Wir wollen auch wenigstens, wie ist es beim letzten Mal ausgegangen? 0 zu 4 sogar, ne? Wir könnten doch hier nochmal den Ehrentreffer vielleicht erzielen diesmal. Es muss ja nicht wieder 0 zu 4 werden. 14 im Keller, 6 Trumpf bei 18. Mit Ast 10 an der Seite. Normal würde ich sagen, gar kein Problem. Am heutigen Tag schauen wir schon mal. Ich kriege ja hier schon Paranoia, dass schon wieder übergestochen wird. Also spare ich schon mal die Trumpf 10. Und dafür müsste ich sie dann jetzt investieren oder auch nicht. Nein, ich tue es nicht. Denn ich bin doch immer noch froher Hoffnung, dass nicht wieder alle Trümpfe dagegen stehen. Und diesmal sitzt Trumpf auch 3, 2. Ein Trumpf fehlt noch. Und da kommt er schon. Jetzt wäre noch möglich ein Stich mit dem Pik König. Und dann geben wir hier auch für wenig Augen gerne diese Dame noch dazu. Und ich habe allen Ernstes mein erstes Gewinnspiel für diesen Abend. Ist das nicht großartig? 67 Augen. Also Leute, so wird es doch gespielt. Da kann ich mir doch auf die Schulter klopfen. Nur noch minus 261 und noch 3 Spiele. Das hole ich alles noch auf. Passt mal auf, was jetzt passiert. Jetzt brennen wir hier noch ein Feuerwerk ab. Wieder 3 Asse, eine 10. Gegenreizung. Das vierte ist übrigens ganz schön teuer. Ich glaube, ich kann nicht mehr ernsthaft rankommen. Da sollte man vielleicht auch dann einfach mal sagen, alles klar, genug gesehen für heute wieder. Wie ich so schön sagte, ich war in dieser Stimmung, ein bisschen was zu versuchen. Aber eigentlich so viel versucht, dass ich jetzt 300 Minus habe. So viel habe ich gar nicht versucht. Das war, denke ich, schon wieder ... Ja, ich gucke mal nach oben. Was wollen mir im Moment die Skat-Geister, was wollen sie mir im Moment sagen? Dass ich hier auch mal zeigen soll, wie brutal das Spiel sein kann? Oder dass ich hier einen schlechten Job mache? Ich weiß es nicht. Das werde ich wohl in den nächsten Tagen mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. So, jetzt haben wir einen Peak. Gut, volle habe ich ohne Ende. Also erste Bürgerpflicht raus damit. Jetzt fällt hinten nur die Karolusche. Also möglich, dass der Alleinspieler auf 7, 8 König sitzt. Möglich. Aber hätte er die 8 gegeben, ja gut, er kann mich damit anschmieren. Also ich wechsle mal auf die nächste Farbe. Die nächste kurze Farbe, in der Hoffnung, dass dieses Ass auch noch läuft. Und schaue eben, ob ich in Karo womöglich zwei Stiche machen kann im Spielverlauf. So, Kreuz Ass ist dahin. Hier klärt sich, dass es ein 7-Trümpfer ist und das bedeutet, naja, wenn er noch zwei Karos dabei hat, dann hat er gar kein Herz. Und insofern kann ich jetzt hier mal das Herz Ass ausprobieren. Da er Herz dabei hat, bedeutet das logischerweise, kann er nicht mehr beide Karos haben beim 7-Trümpfer. Aber ja, da sehen wir wäre etwas pfiffiger gewesen, direkt Karo nachzuspielen. Dann hätten wir die Buben hier trennen können, zumindest wenn ich auch noch den Herz Ass zwischenziehe. Aber das sind alles Geschichten, die man wohl nur mit offenen Karten erkennen kann. Und auch dann hätte es uns nicht zum Sieg gereicht. Schön. Schön, wenn der Schmerz nachlässt. Kennt ihr das Gefühl? Wenn es so langsam ausklingt und man weiß, jetzt tut sich da auch nichts mehr. Der Schmerz lässt schon wieder langsam nach. Da können wir auch nochmal sehen, wie das ist, wenn die Buben verteidigt kommen, wenn die Karte glatt steht. Ah, wird direkt abgeklappt. 4 Asse, alles da in Vorhand. Gang, Schneider, Schwarz. Dann haben wir das wenigstens auch nochmal gesehen. Und plötzlich Spieler 3, der das erste B-Spiel genommen hat, ist plötzlich mit 412 sogar vorne Listenchef. Der Vorsprung beträgt gerade mal schlappe 670 Punkte. Anders als Spieler 1, der hat mir erst 665 abgenommen. Also, ja, da sage ich nichts mehr zu. Ich spare diesmal das vierte Potenzialplatte und sage mal Spieler 1 und Spieler 3. Balkt euch da rum. Seht mal zu, wer von euch hier noch ein Spiel macht und vielleicht gewinnen kann, in Richtung 500 Punkte geht. Meinen Segen habt ihr jedenfalls. Aber eine leichte Geburt ist es auch nicht. Spieler 3 hat sich schon ein wenig gequält, hier das Spiel abzugeben, so scheint es. Und jetzt gucken wir mal, ob wir zumindest auch nochmal ein weiteres Spiel zur Strecke bringen. So, 24, nur ein Trumpf. Ich denke hier ist es absolut korrekt, mal unter dem Kreuz Ass zu zaubern. Ja, Kreuz 10 beim Spieler, hoffentlich nicht blank, dann hätte er mich schön angeschmiert. Ja, der kann ja nicht an sich Kreuz 10 König haben und noch so viel Schwäche in Peak. Da kann ich mal hier den ersten vollen fallen lassen. Kreuz Stich sollte ich eben auch noch machen. Gut, es sei denn, es wird jetzt etwa abgeworfen, aber das möchte der Alleinspieler hier auch noch nicht. Ja, der sticht, dann zieht er den Doppelläufer, kommt. Dann zieht er die Karo 8, da brauchen wir noch nichts reinlegen. Doch, mein Partner ist jetzt schon dabei, alles abzuziehen. Ja, dann kann das Kreuz Ass auch rein, denn den Stich, der verbleibt bei meinem Partner. Ja, bitteres Ende hier für Spieler 1. Der lag lange mit gut gestarteten Spielen weit vorne, hat hinten raus aber auch einsehen müssen. Mit 400 nützt ihm noch nichts, hat noch einen versucht. Der ging schief und so hat hier am Ende Spieler 3 das Rennen gemacht. Wir haben 5 Bettspiele gesehen, das ist doch von 12 Gesamtspielen eine ganz gute Ausbeute. Also das Gegenspiel stimmte, auch die Gegenverteilung stimmten und ja, das Einzige, was ein bisschen für mich persönlich ernüchternd ist, es stehen hier wieder minus 201 Spielpunkte 1 zu 3. Also ja, ich weiß gar nicht, was ich euch sagen soll. Ich versuche es jetzt mal nicht, das schön zu reden. Ich lasse es einfach so stehen und wünsche euch eine etwas gelungenere Skat-Woche. in dem Sinne, schönen Abend noch und gut Blatt. Conference 2 Und vom Ende bei der Untertitelung des ZDF für die Untertitelung des ZDF für die Norden. Untertitelung des ZDF, 2020